Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Wer von euch kennt das noch? Das war Star Wars, das hatte man immer gesehen, als eine Serie begann, ihr Lieben. Ja, und heute tauchen wir mal ein in die Galaxie, in diese wundervolle Welt, wo wir ja auch ein Teil davon sind. Und ich erzähle euch, was passiert ist, denn unsere Sonne, unser Sonnensystem wurde angehoben in eine höhere Dimension. Kaum vorstellbar, aber es war messbar auf der Erde zu fühlen, diese hohe Energie, man hat das gemessen. Und es ist so ein großes Ereignis, weil ja, ihr Lieben, wir sind ja inkarniert, um der Erde zu helfen, wieder aufzusteigen. Bevor ich jetzt weitererzähle, stehe ich erst nochmal auf und ihr schaut euch hier hinten das Video an. Da seht ihr, ja, es hat mir so gut gefallen, symbolisch jetzt praktisch das Tor, ja, das Tor in die anderen Dimensionen. Und das soll uns jetzt heute begleiten, ihr Lieben. Ich sitze auf so einem Hochstuhl und muss dann immer so ein bisschen hochklettern, damit das alles dann wieder stimmt. Also ich fange mal ganz am Anfang an. Das Universum ist energetisch von einem Gitternetz getragen. In diesem Gitternetz sind Sterne eingebettet, so wie auch unsere Erde. Jetzt ist unser erstes zentrales Universum, sagt man ja. Ist in seiner Energie gefallen. Deswegen sind wir inkarniert, damit wir das wieder hoch bringen können in die ursprüngliche göttliche Form. Und das heißt also, das Gitternetz ist so ein bisschen abgesunken. Jetzt aber ist es folgendermaßen passiert, das Gitternetz wurde angehoben und die Sonne ist praktisch unsere Sonne in die nächsthöhere Dimension hinein und somit wir auch. Also das heißt, die Energie der nächsthöheren Dimension ist für uns greifbar, fühlbar. Sie ist da und es wurde sogar auf der Erde gemessen. Man hat diese große, starke Energiewelle förmlich wahrgenommen und die Wissenschaftler, die zweifeln jetzt ja wieder oder die wissen nicht so genau, was das bedeutet. Die haben da ihre eigenen Theorien, aber wir spirituellen Menschen haben ja da einen ganz anderen Durchblick. Und deswegen spreche ich heute zu euch, ihr Lieben. Es ist phänomenal. Und zwar ist das so geschehen. Zwei Riesensterne sind, die waren immer zusammen und sind umeinander so gekreist. Und einer davon hat dann sein Licht verloren. Also das ist so, dass die Sterne, dass es für die normal ist, dass die, wenn die Energie aufgebraucht ist, nicht mehr zu leuchten beginnen, sondern explodieren. Das gibt dann einen Knall, sie explodieren und dann entsteht entweder ein Neutronenstern, eine Supernova oder ein schwarzes Loch. Und in dem Moment ist aus dem einen von den beiden Sternen ein schwarzes Loch entstanden und der andere Stern wurde von diesem schwarzen Loch dermaßen angezogen, dass er in dem schwarzen Loch jetzt drinnen ist und uns unser ganzes System angehoben hat. Das war also, man kann es sich nicht vorstellen, hundertmal, nee tausendmal so groß wie unsere Sonne überhaupt war dieses oder ist dieses schwarze Loch. Ein riesiges, riesiges magnetisches Feld ist da entstanden und hat tatsächlich das Gitternetz so ein bisschen nach oben gezogen und uns so in die, ich glaube, vom Gefühl her und vom Channeling her in die neunte Dimension hineingetragen. Also ihr könnt euch jetzt, das ist unfassbar, das ist für uns wichtig zu wissen, wir kommen weiter und all unsere Bemühungen, sie fruchten, sie fruchten. Und man konnte das auf der Erde messen. Es wurde gemessen und die Wissenschaftler natürlich versuchen jetzt dieses Rätsel zu lösen, aber wir wissen ja, wir die Spirituellen, wir wissen ganz genau, es hat ja einen ganz anderen Hintergrund, denn die göttliche Ordnung, dafür sind wir ja inkarniert, dass das wieder hergestellt wird. Und da dazu gehört es einfach, die Erde und auch alle anderen Sterne wieder in diese göttliche Energie hineinzuheben. Und das ist jetzt sichtbar, sichtbar geworden, messbar geworden durch diese riesengroße Explosion im Universum. Und das ist, glaube ich, auch einmalig bis jetzt. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht öfters auch so sein könnte. Und für mich ein riesengroßer Grund für Freude. Und ich glaube für euch auch, denn so deutlich zeigt uns die geistliche Welt wirklich selten etwas. Und das ist ja schon ein riesengroßer Lichtblitz, eine riesengroße Welle von Energie. Ihr müsst euch vorstellen, dass man könnte das vergleichen mit ungefähr tausendmal so groß und stark als die Sonne. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also eine riesige Energiewelle, die messbar geworden ist und die auch, das heißt, wenn sie auf der Erde messbar ist, dann ist es in unserer Nähe. Ja, sonst sind die ja auch, was weiß ich, wie viele Lichtjahre entfernt, sodass man das erst viel später mitbekommt. Und das war jetzt schon ziemlich nah alles bei uns. Und ich hatte ja auch in einem anderen Video von dem Aufstiegsplaneten erzählt, das hat jetzt damit nichts zu tun, hängt aber wohl indirekt natürlich zusammen. Und all das sind einfach Ereignisse der Freude für mich, riesengroße Ereignisse der Freude. Und ich möchte auch gerne mit euch in diese Energie eintauchen, um einfach jetzt mal zu gucken, wie fühlt sich jetzt diese Dimension an? Im Vergleich, wie hat sie sich vorher angefühlt, wo sie noch relativ unerreichbar, kann man nicht sagen, aber sie ist jetzt einfach näher bei uns. Und das ist, ich hoffe, ich kann euch anstecken mit meiner Freude, weil es ist einfach phänomenal, was da passiert ist. Und diese Energie wird uns kolossal unterstützen in den ganzen Bemühungen, hier Ordnung zu kriegen auf der Erde. Denn das riesengroße Chaos, was hier herrscht, das braucht wirklich Ordnung. Und dafür haben wir Unterstützung von der geistigen Welt. Jippie, jippie, es ist richtig, richtig klasse. Und ich freue mich jetzt auch, mit euch jetzt mal in die Sonnenenergie einzutauchen und von dort durch dieses Dimensionstor hindurch zu gehen und dort einfach mal zu spüren, was für Energien jetzt da sind, welche neuen Energien da sind und welche Botschaft wir von den geistigen Wesen dazu erhalten. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und werde mich jetzt einsprühen mit der 999 einfach mal, weil die 999 hebt einen ja sowieso hinein in die geistige Welt unterstützend und dehnt das Lichtfeld aus und das brauche ich einfach, um jetzt für euch schön channeln zu können. Also habt ganz viel Freude dabei und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Liked mein Video bitte, ganz wichtig das Video zu liken, damit es weiter verbreitet werden kann und bekannt wird, denn das ist ein phänomenales Ereignis, was uns ja alle betrifft. Und wer mich gerne auf Telegram besuchen möchte, der kann unter dem Video den Link einfach anklicken, dort könnt ihr mich finden. Und jetzt ist auch ganz wichtig die Ausbildung zum Astralfeldtherapeuten und das betrifft ja auch diese Energie, diese hohe Energie im Universum, denn wenn wir im Astralfeld sind, sind wir schon ganz nah auch zu den hohen Dimensionen der Liebe und können dann mit diesen Energien ganz anders arbeiten und wirken. Wer so eine Ausbildung machen möchte, hier unten ist der Link, ihr seid ganz herzlich dazu eingeladen. So und jetzt konzentriere ich mich auf die Energie und wünsche euch ganz viel Freude dabei. Geliebtes Menschenkind, fühle dich herzlich willkommen zu dieser Meditation, welche dich vorbereiten wird, das nachfolgende Channeling zu empfangen. So beginne, das Licht der Liebe einzuatmen und dehne dich mit diesem Licht der Liebe mit jedem Atemzug etwas weiter mehr aus. Spüre, wie deine Energie sich erhöht und folge dem normalen Rhythmus deines Atems. Folge den natürlichen Schwingungen deines Wesens und sei ganz du selbst. Das Licht der Liebe zentriert dein Bewusstsein auf deine göttliche Flamme. Das Licht der Liebe hüllt dich ein und bereitet dich vor, das Channeling auf höchstem Niveau zu empfangen und zu genießen. Ich rufe die sieben Erzengel und ich bitte sie uns zu Beginn unserer Reise zu begleiten. Und so spricht heute Uriel zu dir. Uriel trägt das helle Licht der Liebe zu dir. Uriel ist auserwählt und wird dich auf deiner Reise begleiten. Geliebtes Menschenkind, all das, was im Universum geschieht, ist uns lichten Wesen sehr wohl bekannt. Und all das, was geschieht, ist sehr oft von uns gesteuert. Denn wir, die lichten Wesen, wir unterstützen dich mit all unserer Liebe, unserem Wissen und unserer Achtsamkeit. Du befindest dich in einer Phase des Umbruchs und gerade in dieser Phase benötigst du sehr viel Unterstützung, die wir dir sehr gerne geben. Und so möchten wir nun dich teilhaben lassen an der hohen Energie der neunten Dimension, in welche nun deine Sonne bereits eingetaucht ist. Die Energie wird dir helfen, dich neu auszurichten. Die Energie wird dir helfen, deinen Weg auf der Erde sicher und kraftvoll zu gehen. Und so werden wir, wenn du es erlaubst, deine Seele in unsere Hände nehmen und sie sanft durch das Tor der neunten Dimension in die Kraft deiner Sonne hineintragen. Deine Sonne hat sich ausgedehnt und trägt die Energie der neunten Dimension, welche nun bereits zu dir zu fließen beginnt. Und wenn du es erlaubst, wird deine Seele jetzt für dich auf die Reise gehen. Und so tragen wir dich durch das Dimensionstor hinein, in die neunte Dimension, welche dir jetzt so nah ist. Alles, was du hier erlebst, alle Energien, alle Bilder und Informationen, die du bekommst, spielen eine wichtige Rolle für dich. Und wir bitten dich, nun, bevor die Bilder kommen, dich auf dein Herz, auf deine göttliche Flamme zu konzentrieren und deine Hände auf dein Herz zu legen. In dem Moment beginnt das Licht der göttlichen Flamme in deine beiden Handschakren einzufließen. Nimm nun diese Hände vom Herz wieder weg und drehe sie um, sodass die Handflächen nach außen scheinen und führe die Strahlen deiner göttlichen Flamme in einer Spitze pfeilförmig zusammen. Mit diesem Licht, deiner göttlichen Flamme, hast du nun Zugang in all die Dinge, in all das Wissen, was für dich in der neunten Dimension bereits gespeichert wurde. Und du kannst steuern, welche Bereiche du öffnen möchtest. Denn mit dem Licht deiner göttlichen Flamme werden sich diese Informationen für dich jetzt öffnen. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, um all das zu empfangen, was für dich wichtig ist. Erlaube dir, so tief wie möglich dich fallen zu lassen und die Bilder spielerisch wie ein Kind entgegenzunehmen. Das Wissen und die Bilder, all die Informationen fließen nun zu dir. Löse deinen Geist und lass deine Seele fühlen und sprechen. Alles, was jetzt geschieht, sind Informationen, welche dir übergeben werden. sind Bilder und Energien der Liebe. So tauche ein in dieses einzigartige, sensationelle Energiebad der neunten Dimension. Die lichten Wesen aus der neunten Dimension sind nun herbeigetreten, um die Energien zu halten und um dich zu unterstützen. Wenn du Fragen hast, darfst du sie jetzt auch stellen, sie werden dir beantwortet. Manche von euch sehen ihr Leben, wie es in der Zukunft sein wird. Manche von euch sehen die Erde, wie sie sich entwickelt und wie sie aufsteigt. Das Wissen der Welt, des Universums und deiner Seele öffnet sich. Das höhere Wissen, welches hier unbegrenzt für dich verfügbar ist. Und so werden in deinem Geist Strukturen entfernt, welche dich klein halten, welche dich deine wahre Größe nicht erkennen lassen. Du wirst neu ausgerichtet, stark gemacht und zentriert, sodass du selbst in der Lage bist, die Energien zu halten und deinen Weg kraftvoll weiterzugehen. Vielleicht spürst du, wie hindernde Strukturen in deinem mentalen Feld entfernt werden. Deine Energie wird ausgedehnt und angehoben, angepasst an die neunte Dimension. Dies geschieht mit dem Gesang, dem Gesang der Engel der neunten Dimension, welche jetzt für dich da sind. Und so lass es ruhig geschehen, denn es geschieht in tiefer Liebe für dich. Und dann nach einer Weile, wenn du alle Energien erhalten hast, tragen wir deine Seele wieder sanft in dein Hier und Jetzt zurück. Dies geschieht mit einem einzigen Atemzug und du fühlst sofort, dass du wieder hier bist. Bewegst Hände und Füße, öffnest deine Augen. Und wenn du so deine Augen öffnest, kannst du vielleicht wahrnehmen, dass du selbst die Energie der neunten Dimension trägst und dass du einen ganz anderen Blickwinkel jetzt hast. Und so danke ich dir sehr dafür, dass du heute hierher gekommen bist und ich dich beschenken durfte und ich bedanke mich auch bei den sieben Erzengeln, bei den lichten Wesen der neunten Dimension und bei deiner Seele. Zu dem Channeling habe ich die Musik gespielt, die wir in einer Energieübertragung schon gespielt hatten von der neunten Dimension, die ist auch sehr energieaufgeladen und begleitet euch jetzt noch durch den ganzen Tag. Ja, habt eine, habt vielen Dank und habt eine wunderschöne Zeit. Ich glaube, wir können das noch gar nicht so begreifen, was hier geschehen ist. Es ist ein enormer Schritt von den Hohen Wesen, den sie getan haben, um uns zu zeigen, wir sind bei euch und alles, alles wird gut, das Licht ist da, das Licht begleitet uns alle. Ein Küsschen und eine Herzensumarmung. Alles, alles Liebe für euch, bis zum nächsten Video und liken und teilen bitte nicht vergessen. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. nothing, tschüss. Im industry